Es ist Hilfe, aus Norwegen zu kommen. Ich bin extra eingeschlafen. Ohne Verspätung und mit 2 Stunden Schlaf. Wir gehen wieder mal Tafara. Auch das Tafara nimmt ja keine Hand hier oben. Aber es sind viele Ecken und Kändchen, die man rundherum muss. Darum geht es ein bisschen länger. Aber jetzt, das Zweite. Jetzt sind wir doppelt so schnell. Der verdammte Saubogen da oben ist gemacht. Das ist ein fertiger Scheissdreck zum machen. Ich bin ein paar Mal aggressiv geworden. Dem Wagen gegenüber. Bin ich auch aggressiv dir gegenüber geworden? Ich habe ein bisschen Angst bekommen, ja. Mit 3 Stunden Schlaf. Das ist so etwas. Definitiv nicht das Richtige zu machen. Aber es ist geschafft. Es ist mehr oder weniger richtig. Es kommt dann hier ein Tierleisch hin und sieht, wenn es nicht so gut ist. Und der Rest kommt jetzt auch langsam. Wir sind nicht wirklich vorwärts gekommen wegen dem Scheissdreck da oben. Wir räumen jetzt noch etwas auf. Und dann ist es das gewesen für heute. Aber wir wissen jetzt, wie man es an einem Bogen macht. Das ist professionell oder nicht professionell. Das ist eine riesige Hohre-Borstel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.